Ich bin euer Peter Gaming und wir spielen beide die Krieger und Slayer. Die Krieger und Slayer sind alle, die Wahrheit und die Wahrheit und die Wahrheit. Das war's für mich. Alter Leute, das ist aber heftig, Leute, das in Halb-Ori ist ein Halb-Mens, Halb-Ori, das ist heftig in dich. Einmal mit dem vr. Ich habe die Räume daran geworfen, warum ich das lachen konnte. Ich habe das Gefühl, dass ich in Häusch von Häusch habe. Ich habe das Gefühl, dass ich in Häusch von Häusch von Häusch habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Lachen habe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das muss aber nicht so schwallern, da muss ich ja nicht schreien, da kann ich doch mal mal starten Ja, nein, das ist echt Aber Leute, jetzt müssen wir uns gegen die Monster noch stärker kämpfen. Aber ich will nur gängig was mit der verlorenen Schwester verloren. Gleich können wir sie noch retten, Leute. Hoffen wir nicht. Das wäre natürlich gut, wenn wir sie retten könnten, richtig gut. Das war das schönste, dass die verlorenen Schwester so die Sache wieder gefunden hätte. Hoffen wir mal auf der Seite. Okay, die können wir jetzt noch mehr aufleben. So, jetzt schauen wir mal, was er so... Aber die letzte... Boah, die war eine Mega-Fallde. So, jetzt schauen wir mal nach neuen Bassen. Uh, naja. Bitte, bitte. Ja, das Minimal. So, okay. So, jetzt schauen wir mal, was er so... Neue Waffen... Wann vielleicht immer noch immer neue Waffen? Steht aber nicht... Uh, die hätten wir aber... Die wären die vielleicht... Oder die wären die... Nur noch die... Das eine müssen wir noch machen... Dann sind wir noch... ...und dann sind wir noch... So können wir eigentlich... ...denn ja mal... ...und machen wir nicht. Jura! Wann na jode! Guckt mal mal, Leute, mal... ...brüß mal mal, ob man neue Waffen... ...kraften können. Das wär's nur wieder schön. Das war was... Verdiam, also... Na ja, aber die Helme sind... ...aber nicht so... ...tatsend. Ich find die manche passen... ...tatsend gar nicht gut dazu. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus, aber ne, von hinten sieht die nicht so gut aus. Alter, das macht gut. Alter, die werkt. Alter, wenn wir mal die herstellen könnten. Sieht so gut aus, ne. Aber das ist auch noch nicht mehr. Da braucht man ein, oh, da bräuchte man eigentlich noch nicht von Born of the Flame, okay. Aber wie viel passt denn echt, wie ich versuchen muss. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, nein, ich kippe doch. Hm, ich kippe. Die hat da. Hm. Gucken wir mal, da gibt es noch gute. Aber Leute, jetzt schauen wir, wir füllen wieder wahrscheinlich noch eine neue Klamotten nehmen. Was schön aussieht, wenn wir alle die Bilder gemacht haben. Das sieht echt auch nicht schlecht aus, wenn man muss. Vielleicht sehen wir noch ein neues Ausdruck für uns. Alter, das sieht auch nicht schlecht aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Naja, so diese Beine sind bei den Beinen gefühlt sind diese Hände. Dann schau, schauen wir mal, wenn wir so noch was schönes finden. Und das ist die Hände. Schau, Mama, was wir so schönes sehen. Das sieht nicht schlecht aus dem Anmorting. Das sieht schön aus dem Anmorting. Dann gucken wir mal, was das ausgepackt ist. Dann gucken wir mal, was das ausgepackt ist. Den passenden Helm finden, oder? Ah, aber das sieht schön aus dem Anmorting. Oh ja, die nehmen wir. Du mal unten mal ein bisschen ausrückst du Leute. Gleich fehlen mehr ein paar Tüten. Das wäre aber ein Neuerhut. Da ist immer noch ein paar Koffe. Da ist immer noch ein Koffe. Aber diese sind alle Koffe. Da ist immer noch ein bisschen am Koffe. Das ist immer noch ein Koffe. Also, die Beine sind nicht so ganz so gut. Die Beine sind nicht ganz so gut hier, Matheus. Aber die Schuhe passen, finde ich nicht so gut hier sein. So, Leute, machen wir's nur so, Leute. Imamo uns wieder ein bisschen verändern, Imamo bitte wieder. Verändern wir uns ein bisschen. Zu mehr Söhn, die wir gut verändern, oder? Oh, zu mehr ON, die sind doch noch so, Leute. Das ist echt schön. Ja, mach's nicht so gut. Okay. So mit's up. Euer Peter. Geben Ihnen nach wieder. Tschüss. Bis dann. Und Pici, bis demnächst. Tschüss. 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 Tschüss.